Drei-hundert und fünfhundert. Danke, wir sehen uns dann am Samstag um 10 Uhr, ne? Nero, wie immer. Alles klar. Nero, wie immer. Lass dich mal kurz weg. Oh, abgerissen. Und wie soll das Schmuckstück kosten? 500 Piepen. Finden Sie nicht, das ist etwas viel? Alter, f*** dich, okay? Okay. Witz, witz, witz. Ich hab nur nicht diesen Tasten Starkbier trinken sollen. Gestern Abend. Ne, gerade eben. Du hast recht. Dann sind wir viel schneller da. Ja, boi, ja, boi. Weg, 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 weg. Niemals, da ist ja schon alle Achterbahnen voll. Ja? Du schreifst immer wieder. Gar nichts. Ja, guck mal, da ist ein Autofahren. Da ist ein Autofahren. Ja? Leck mich am Arsch. Ja, leck mich am Arsch. Ja, leck mich am Arsch. Ich mach dir mal persönlich. Oh, jetzt bin ich schon wieder falsch abgefahren. Ja, leck mich am Arsch. Cool, ne? Richtig abgefahren, oder? Juhu! Boah, ist die hell, oder? Die ist verdammt hell. Ja. Und man kann mit Leuten verprügeln. Ja. Gut. Wacht mal das Scheiß. Wie verdrängt sie hin? Nee, mach die Augen auf. Ich muss da jetzt dran. Oh Gott. Wie soll ich das denn machen? Ich kann die Augen nicht. Ich muss nach oben gucken. Ja. Guck nach oben. Ja, genau. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, nicht wackelt. Sonst ist das Ding gleich im Auge. Das musst du sowieso verschmieren. Ja, ich kann das nicht. Oh. Das ist so krass. Was war das? Oh. Schatz. Ich hab die Angst. Lachen du das? Lachen du es nicht? Ich kann es auch so. So wär's. So wär's. So wär's. Ob die mal runtergucken halt. Dabei. damn ihr Fall. damn ihr Fall. Ja. Schau mal das. Schaf. Und außerdem wollten wir auch mit Chuck die Enten... Die Enten für Daniel. Nee. Schatz? Schatz, ich hatte schon wieder einen Albtraum. Schon wieder? Schon wieder? Schon wieder doppelt das Kacke, ne? Vor allem... Oder was macht man da? Och, guck mal her. Das wäre geil. Dann, das wäre noch eine Runde. Aber dann ist schon ein paar raus. Ach Gott, was der Scheiße. Nein! Wieso gerade jetzt? Na, schau bitte. Ja. Ach, dass du schon wach bist. Könnten wir ja... Aber du hast doch gar kein Herzlein. Mhm. Aber du hast doch gar kein Herzlein. Aber du hast doch gar kein Herzlein. Was machst du hier? Na, das siehst du doch. Alter, der geht kaputt. Du hast jetzt wirklich doch nicht... Der ist nicht kaputt gegangen. Fuck. Alter, lass nicht mal ein Herzlein. Das ist ja ganz schön beträchtliche Nebenwirkungen. Hm? Das sind ja ganz schön beträchtliche Nebenwirkungen. Hm? Das sind ja ganz schön beträchtliche Nebenwirkungen. Wieso klingst du? Wieso? Wieso? Weil mein Schlüssel nicht passt! Achso, das ist keine Frage. Ach, Mann! Wieso passt mein Schlüssel nicht? Aber du hast doch gar kein Herzlein. Aber du hast doch gar kein Herzlein. Aber du hast doch gar kein Herzlein. Am Stück ist doch wieder was ganz anderes. Wenig anhebel? Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, warte. Warte, 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 warte. Mann, komm hoch. Ich sehe gar nichts. Was ist sonst? Ey, stopp, das ist sonst wer. Das ist sonst wer. Das ist sonst wer. Das ist sonst wer. War das gut? Komm, komm her. Ich bin sohn, ja. Hahaha! Klart, Rett! Jaaa! Hahaha! Hein! Olin! Hahaha! Wuuu! Mach der Nebel an! Ich mach das! Du schwenkst das und ich mach das! Ich kann das! Ich hab da Erfahrung mit! Trotzschluss oder was? Gib doch mal! Hey, filmst du? Das sind merkwürdige Dinge! Was ist denn bei... Was willst du machen, wenn ich ihm fehl tue? Wenn ich... Irgendwann krieg das... Hey! Hey! Ich bin ein bisschen peinlich, ja. Ich bin eben hochgelandet mit meinem Raumschiff. Ich hab gar nicht gesagt, dass ich John bin. Ja! Da kommt aber... Da kommt aber was raus, ja? Sag mal... Wie lange ist euer eigentlich so... Im Schnitt? Euer Penis! Und... Zehn! Zehn! Machst du's gut! Gut! Und bitte! Hey! Ich hab noch eine Französische! Hey! Ich hab noch eine Französische! Auf leicht! Kannst du einmal sagen... Oh ja! Die Fühler sind der Hand! Filmst du? Filmst du? Ja! Hast du Musik? Ich bin jung jetzt sicher! Komm mal nah dran! Ein Moment! Sind wir da drauf? Das war sehr empfindlich! Das ist ein Fernsehfilm und keine Blu-Ray! Ich kann nicht einfach auf Pause klicken! Doch! Nein! Also... Oh Mann! Das ist die 20. Vorderstelle, ne? Wow! Die kämpfen miteinander! Geil! Geil, Mann! Jetzt sind die weg! Ne, die kämpfen immer noch! Die wollen sich gestalten! Oh, ja, ja, ja! Ey, das ist... Das ist viel Hero! Traubensex, Mann! Ja! Ja! Oder sollen wir mit mir schon mal was machen? Von der Zwischenzeit! Was könnte das sein? Ja, den Nachklapper mit dem Affen! Zum Beispiel! Okay! Ich würde nur sagen... Ey, tut mir leid! Hey, ja! Ist alles okay? Boah, ich weiß auch nicht, irgendwie... Richtig, was? Ja! Hast du mal auf? Ich... Ich... Es ist lust, nichts. Ich muss... Ich muss auf Toilette... Warte mal, warte mal! Das ist keine Blu-Ray! Wir gucken Fernsehen! Da kann man nicht auf Pause klicken! Ich war heiß! Oh, Gott! Ich glaube, jetzt geht's wieder... Doch! Doch nicht! Ich war leider geboren! Der Kackstift! Ja, ich hab mich wieder... Ich hab mich wieder... Ich hab mich wieder... Ich hab mich wieder... 500 Bieten, Mann! Das ist nicht... Das ist viel! Ey! Voll Scheiße! Ich fäng dich, Mann! Wenn du das nicht bezahlen kannst, dann auch ab! Probier's mir überhaupt nicht! Hä? Ja! 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 Du beschissener Faschist! Du... Voll in die Fresse! Voll in die Fresse! Ja! 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 Ja!